Ist unten in der Kiste überhaupt was drinne? Ja, mein Stuff. Was denn? Mein Stuff. Deins? Hm. Deiner. Nee, weiß nicht, das ist so meine Ramschkiste. Da ist Holz drinne. Eine Aloe Vera Creme, meine Schraubenzange, die kaputt ist. Aber wo sind die ganzen Stühle und so hin? Die hab ich verschrottet, das gab Stofffetzen. Oh, ich wollte hier mir einen Stuhl hinstellen zur Dekoration, Mann. Ach, aber über meine Pflanze abkacken, ja? Ja. Ich würde sie dekorieren, so schön. Ja. Kackdeko, da macht das ganze Leben unschön. Du hast die Blume mitgebracht, wollte ich nochmal sagen. Die sieht auch gut aus. So, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. To Die. To Die. So, wir wollten ja hier unseren Käfig noch ein bisschen weiter bauen. Käfig. Aha. Da ist er doch. Also muss ich mir nächstes Mal wieder einen Stuhl mitnehmen. Toll. Ja. Das ist doch zum Mäusemelken mit diesem Dude. Ich hab hier Kacke gebaut. Ey, cool. Es regnet schon wieder. Kann man das beabsichtigt nachbauen? Oh, schon halb vier wird gleich hell. Wenn wir nur so einen Rahmen setzen würden, ne? Teile. Als Beispiel. Mit Abstand. Was? Dann können die, dann müssen die, guck mal. Wenn wir nur so eine Stange. Ja, wenn wir nur so eine Stange setzen, so wie die hier. Ja. Die schwebt. Dann müssten die, wenn wir das als Brücke machen, immer von Stange zu, äh, Stange springen. Würden runterfallen, oder? Weiß ich nicht. Aber erkennen die das denn als Weg an? Das ist die Frage. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. So gut. Kann ich ja einstecken. Wir können gleich wieder loslaufen. Ja. Magst du das einmal schnell aufwerten? Oh. Alter, ich bin heute echt zu doof hier. Um, äh, Streitereien aus dem Weg zu gehen, möchte ich mich bitte enthalten. Ich weiß, was du sagst. Ich weiß, was du sagen willst. Jetzt muss ich die wieder drehen hier, irgendwie. Gehe ich die nach innen oder nach außen? Äh, außen macht mehr Sinn. Fertig. Oder ist mir später im Weg, ich weiß es nicht. Komm ich da nicht ran. Fertig. Fertig? Fertig. Mir ist heute aber kalt. Hm. Ich muss schon mal einen Pullover anziehen. Ach nee, eigentlich nicht. Müsste ich das nicht. Ich mag Pullover voll gerne. Die machen das, die machen mich so geheimnisvoll. Trage ich ein BH? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ey. So. So. Jetzt müssen wir nur noch hier die Ecke aufwerten. Hier noch die Ecke aufwerten. Hier müssen wir nur noch hier die Ecke aufwerten. Inge, Bull. Hol mir doch mal ein bisschen was von dem guten Holz. Und den Hammer. Inge. Bull. Bull. Das wird auch langsam langweilig, die ist Inge, Bull. Inge, Bull? Ja. Halt, Run. Gib mir doch mal einen Hammer. Hast du keinen? Ja, doch. So, weil wenn wir den Käfig so, dann rein theoretisch. Ich pack mal was zu essen und zu trinken in meinen Rucksack. Ich würde halt gerne mal ein bisschen weiter weg gucken, wegen Städte und coolen, also nützliches Zeug finden. Ja, ja. Ja, ja. Müsste noch einen höher hier, ne? Ja, ja. Aber das muss ich von oben machen. Ach, jetzt komm ich da ja gar nicht mehr rein. Auf gar keinen Fall kommst du da rein. Mit Anlauf darüber? Ja. Akkuah? Nein. Bin ich ein krasser Typ? Überhaupt nicht. So wie Spider-Man. Nö. Du hast recht, Spider-Man ist ein Piss gegen mich. Oh, geh bitte. Ja, du hast dich in die Hose getintet. Ich hab mich eintintet. Eintint hat sich. Gewitter. Jasmin. Ich verlasse dieses Haus nie wieder. Mach ich mir davon noch einen mit rein? Mach ich mir davon noch einen mit rein? Mach ich mir den da nicht mit rein? Äh, davon noch einen. So, dann können wir los. Ob du so doof bist, wie du guckst? Ja. Definitiv, ja. Äh. So, dann wollen wir losgehen. Wo bist du denn? Ja, ich wollte nur einmal hier kurz ganz schnell. Ich komm nicht hoch. Kacker machen? Kacker machen. Ich komm nicht runter. Ich bin... Kraft, das hier irgendwie noch nicht so... Wieso regnet das? Kann das bitte auch anfangen zu regnen? Guck mal, wie mutig ich bin. Ich hab die so rumgesetzt. Äh, das könnte vielleicht doof sein später. Ich hoffe, ich muss da nichts abbeißen. Das sieht falsch aus. Ach, jetzt geht das wieder los hier. Selbst eingebaut. So. Oh, ich hab für die letzte Rahmenform kein Holz mehr. Hier war keine Leiter. Wieso haben wir dann Loch in der Decke? Achso, wir wollten ja... Ja, 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 ja. Vergischt schon wieder alles, was er vorhatte. Im Eifer des Gefechts. Oh, warte. Ich bin... Ich bin sofort soweit. Ja? Hast du gesehen, wie ich hier rüber geheatet bin? Ich hab keine Angst. Hab ich nicht. Keine Angst. So. Einmal Downstairs. Achso, ich hab ja noch diesen blöden Helm hier drin. So ein bisschen anderen Kram, den ich nicht will. Äh. Ich brauch eine größere Kiste. Das wollte ich noch voll machen. Bist du schon wieder in deinem Loch? Ja. Ich glaub, wir brauchen bald mal eine Kiste für Helme. Hey, ich hab doch hier nicht mehr viel gehabt. Hä? Da. Ja, das ist eine richtig gute Grube hier. Eine richtig gute Grube? Ja. So. So. Kann noch irgendwas weg? Das kann gleich weg. Achso, die Reparatur-Kids. Warte mal. Den Knüppel... Er ist nicht schlecht, aber... Ich komm damit nicht zurecht. Eigentlich. Dafür brauch ich ein Rohr. Haben wir noch... Hier haben wir ganz viele. Ja, das ist gut. Okay. Das wollte ich weg haben. Achso, und den eigentlich auch. Oh, jetzt hab ich keine Pfeile dabei. Falls wir Tiere sehen. Dann... Mh... Ja... So. Der... Kann eigentlich hier wieder rein. Mh... Bin sofort da, ne? Das ist ja eh voll neblig gerade. So. Ich komme. Iiii. Überall auf deinem Kopfkissen. Was? 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 Es tut mir leid. Ich schäme mich. Nicht. Aua. Aua. Mensch, jetzt komm. Irgend so eine Pfeife hat hier ein Loch gebuddelt. Ey, guck mal. Da hinten raucht's. Immer noch. Ja, schon wieder? Ja, ja. Ich glaub... Ich glaub, da ist die Lootkiste. Hier die Kiste, die das Flugzeug abschmeißt. Oder, äh... Die vom Flugzeug abgeschmissen wird. Die Kiste schmeißt ja kein Flugzeug ab. Wollen wir sonst da erst mal hin? Nimm das Flugzeug. Äh, ja. Können wir. Wenn... Die Quest ist ja jetzt erst mal egal. Haben wir ja. Ja, die ist ja safe, ne? Ja, ja. Oder wollen wir vielleicht noch eine mitnehmen? Unterwegs? Eine Quest? Ja, oder so. Wollen wir mal. Weil vielleicht müssen wir ja sogar in die Richtung. Hm. Ansonsten können wir ja die Quest einfach liegen lassen. Wir müssen die ja nicht sofort machen. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja. Wieso sind hier überall Löcher gebuddelt? Oh, Stammlegung. Haha. Du möchtest unseren schönen Planeten kaputt hier spielen. Hab ich Gröbs ab? Ja. Wo muss ich denn hier lang? Da. Ach nee, da ist das Wasser. Du kannst doch schwimmen, ne? Ja, und dann kommen die Zombies. Zombies? Ich hatte schon mal einen. Ich bin drüber geschwommen und hab mich kurz bevor ich da war, ein Zombie gekillt. Im Wasser? Ja. Ein Zombie? Also können die auch schwimmen? Anscheinend, der kam aus dem Wasser, weil... Der war hinter mir. Und hinter mir war nur Wasser. Okay. Warum ist das so neblig? Kann das mal aufhören? Das ist, wenn die Wolken vom Himmel fallen, Jasmin. Wie vorhin, ey. Das war auch krass. Erst war schön Sonne draußen. Und dann kam die Schwerkraft. Und auf einmal wie so ne Wand, ey. Boah. Ja, und wer ist schuld? Die Wissenschaftler, Jasmin. Die Wissenschaftler. Das war richtig gruselig. Isaac Newton ist schuld. Er hat die Schwerkraft erfunden. Ohne ihn würden die Wolken immer noch oben schweben. Zeig mir den Pfeil nach da. Isaac Newton. Wo bist du? Am Baum. Bei der Gelegenheit will ich immer ein bisschen Holz mitnehmen. So hier und da. Und tralala. Und tralala. Aber ich seh die immer nicht. Oh, und Baum fällt. Männlich. Das war ja klar. Während ich hier hart arbeite, als Holzfäller meiner Tätigkeit nachgehe, spielst du wieder mit den Zombies, ne? Ja, ich spiele, ja. Jasmin, bitte. Ja. Bitte. Danke, Anke. So, ich fälle hin und wieder einen Baum und du haust hin und wieder so einen Stein wie den hier vorne weg. Ja, genau. Fehrer Arbeitsaufteilung. Bei dir zieht's ja auch in der Ritze. Wo sind wir denn jetzt hier? Hä? Wir sind richtig. Aber du läufst so weit voraus. Ich komm nicht hinterher. Ich hab keine Ausdauer. Nein, warum nicht? Weil ich Hunger habe. Gegrilltes Fleisch gibt neun. Nee. War das Gesundheit? Mais war gut. Da hab ich jetzt fünf angebaut. Ich konnte nämlich fünf... Nee, Schwabby, komm, lass uns Schwabby zusammen. Wo bist du denn? Ich konnte nämlich fünf Samen kaufen. Hallo, Schwabby. Schön, dich zu sehen. Komm mal her. Na, das ging ja flott. Er hat anziehst uns. Sie anziehst uns. Aua. Er liebt noch. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Guck dir mal die dicken Po-Backen an. So, das war... Das war das fürs Erschrecken. Jennifer Lopez. Aha. Sieht aus wie dein Hintern. Komm mal her. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, du. Wir sehen uns später. Ich riech dich später. Jasmin? Ja? Sind wir wieder Freunde? Nein. Wieso bist du schneller als ich? Ich geh ganz normal. Ich hab... Ja, du bist trotzdem schneller als ich. Ja. Und? Mais bringt gut. Ich hab zwei Mais gegessen und hab richtig lange Energie gehabt jetzt. Du bist wesentlich schneller als ich. Aber ich hab auch so'n komischen Turnschuh links mit sechs Minuten. Ja. Das ist... Ich hab einen mit ein Minute. Vielleicht hab ich Muskelkater in den Beinen. Hä? Nein. Das ist, dass du schnell laufen kannst. Ja, aber ich bin ja nicht so schnell wie du. Er muss mal laufen. Ja, aber ich bin ja nicht so schnell wie du. Ja, du bist ja auch massiger wahrscheinlich. Willst du damit sagen, dass ich fett bin oder was? Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Jasmin. Ganz genau das. Fett-Shaming. Aus deinem Mund. Ich bin entsetzt. Entsetzt und gebrochen. Ja. Geht's ja denn schon wieder. Ich bin gleich beim Händler. Ich auch. Ich hab noch ein Ei. Ich hab jetzt zwei Ei. Alter, die ist viel schneller als ich. Die da. Die da, die da. Ist es die da, die da, die da oder die da? Leere Chemiestation. So, während du den da jetzt kurz bequasselst. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie das geht hier. Ich bin nochmal Zement geklaut. Äh. Oh, ich hab... Ach nee. Hä? Wähle eines. 7,62 Millimeter Munition 60. Kneipenschlägerei Band 1. Nehme ich doch die... Munsch schon oder was? Dann leveln können wir alleine. Munition ist mangelbar aktuell, ne? Oh. Wieso? Noch welche abholen. Was ist denn abholen? Das ist ja auch geil gemacht mit dem Baum hier drin. Einer unserer Agenten musste seine Lieferung hier verstecken. Besorgt die Sendung und bringen sie zu mir zurück. Mach ich doch gerne. Quest abgeschlossen. Stufe 1. Also du hast jetzt noch eine Quest genommen, ja? Ja, die ist aber nicht weit weg. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen. Ja. Das ist das... Mach... Du kannst sie auch machen. Mach mal. 378 Meter? Hm? Ne, ich hab 141. Ja. Ja, und können wir doch trotzdem zusammen machen. Dann kriegst du Punkte und ich. Hä? Aber wir wollen doch zum Dings gehen. Ja, vielleicht ist das das. Ne, begib dich zum Sammelpunkt. Westen. Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Hügel da. Ja. Ich hab jetzt auch mal eine Quest angenommen, aber die müssen wir später machen. Wir müssen erstmal... Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier, ne? Oder? Ja, zum brennenden Berg. Wo war denn das? Das hätten wir mal markieren sollen, ne? Das sieht man jetzt nur so doof, ne? Ja, aber irgendwo hier in der Richtung, ne? Ja, ja, hier irgendwo war das auch. Und weiter oben. Würde ich sagen. Also hier zeigt er mir 145 Meter nur noch an. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ob das hier in der Nähe ist? Weil der schreibt, ein Agent hat da irgendwas verloren. Wo bist du denn? Ja, ja, das gleiche hat er mir auch gesagt. Und wo bist du jetzt? Na, du siehst mich doch mit dem Pfeil. Ja. Und warum wartest du nicht auf mich? Ich geh doch nur durch den Gebüsch. Ich dachte, wir gehen erstmal da hinten die Linie lang. Die Straße? Ja, da, wo ich meinen Pfeil hab. Na, ich wollte doch nicht die Mission machen. Vielleicht ist das das, ja. Nein, ist es nicht. Wer will ich das wissen? Vielleicht das weiß. Weil du es auch nicht älter sind. Doch. Nee, ganz bestimmt nicht. Doch. Okay. Jetzt gehen wir doch ins Brandgebiet, oder nicht? Auf Basis meines Wissens wurden Schulbücher geschrieben, ja? Aha, deswegen sind die Grünen heutzutage so. Und alle kleben sich auf die Straße fest. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Sehr gut gemacht. Danke. Und wo jetzt? Ja, ich suche dieses komische, ähm, die Kiste, die abgestürzt ist. Ja, das suche ich auch jetzt mit dir. Ich guck halt immer in die Ferne, ob ich irgendwo... Aber da hinten ist das Brandgebiet. Ja, das war ja irgendwo hier in der Richtung... An der Hügel. Ja. Was ist denn das für ein cooles Ding? Halt nur doof, dass das jetzt so neblig ist. Ein Minibaum. Ja, aber das muss ja dann auch Richtung Brandgebiet, äh, gewesen sein, ne? Das war... Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber du bist ja allwissend, du weißt das schon. Ich überlege gerade, in welche Richtung haben wir denn geguckt, als wir das gesehen haben? Nach links. Wir gehen ja voll falsch die ganze Zeit. Ja. Wir müssen Richtung Norden. Hm. Da, wo ich gesagt hab. Nee, du bist falsch gegangen. Richtung Norden, Jasmin. Ja, wo gehst du denn durch? Ach, mir ist das jetzt für zu blöd. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich stehe hier und warte die ganze Zeit, bis ich dich mal sehe. Du läufst da einfach immer vor. Ja, ich hab ein Zombie verprügelt. Ja, ich hab da auch stehen. Hey. Ich will ja auf die andere Seite gegangen. Ich glaube, das ist falsch hier. Ne, wir haben doch von uns aus Richtung Norden geguckt. Hier sind aber keine Berge. Ne, da müsste das eigentlich sein. Würde ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt von der Map aus gucke, ich scroll mal raus. So, hier ist das Fahrrad. Dann muss das, weil wir sind die ganze Zeit in eine andere Richtung gegangen. Das muss von uns aus gesehen jetzt Richtung Norden sein. Eigentlich. Und dann kommen wir auch wieder in die Berge. Ich habe schon wieder Hunger. Hier, guck mal, guck mal. Wir sind hier voll falsch. Ich bin Jasmin. Hä, wo ist der Rauch hin? Ja, du bist auch so ein... Hä, der war doch eben gerade hier. Ich habe keinen Rauch gesehen. Echt nicht? Nein. Ich weiß ja nicht, was du gerade gesehen hast, aber rauch mal ein weniger. Hä, ohne Witz. Hier war eben gerade Rauch. Jasmin, ich schwöre es dir. Du musst mir glauben. Wie schön er sich lustig macht über mich und selber jetzt als Depp dasteht. Du kannst das in meiner Aufnahme sehen. Du musst mir glauben. Hier war Rauch. Ja, und? Anscheinend wohl nicht. Hm. 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 Kommst du klar? Ja. Er schläft schon. Hier, ich habe die gefunden. Nee, 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 nee. Hier ist ein Geländer. Versorgungskiste. Ach, das ist doch hier, wo wir am Anfang waren. So, hier drinne sind ein Nahrungspaket. Ja, das ist doch hier, wo wir am Anfang waren. Wo wir angefangen haben mit dem Spiel. Ein Maisbrot, eine Kartoffel und Maiskolben. So. Das ist hier, wo wir angefangen haben. Nee, wir waren... Doch, ich bin nämlich da hinten in das Ding reingegangen. Das weiß ich noch. Ach so, nee, hier hast du angefangen. Ich war ja nicht mit dabei. Okay. Ach. So, haben wir die Kiste gefunden. Was möchtest du jetzt machen? Können wir die Quest jetzt machen? Ja, warte, ich muss noch was essen. Brauchst du was zu essen? Nee, gerade noch nicht. Zehn, zehn. Zehn. Ich habe zehn Steaks mit Kartoffeln, falls du Hunger hast. Nee, bis jetzt ist alles gut. Ich bin auch gesund. Die machen 50 Nahrung. Ja, ich wiederhole, bei mir ist alles gut. Bist du sicher, dass du nicht hungern möchtest gerade? Jetzt hin. Hier war noch Müll. Den habe ich kurz mitgenommen. Das ist ja geil, ey. War gar nicht schlecht, die Nahrungskiste. Aber den Weg nicht wert. Ein Huhn. Ein Hühnchen. Willst du das Köln? Was weiß ich? Wolltest du das Hühnchen killen? Ich eh nicht. Hast du keinen Bogen dabei? Doch, aber ich treffe immer nicht. Das ist die richtige Einstellung. Ja, ich treffe nicht. Da verbummel ich nur die ganzen... verbasele ich nur die ganzen... Äh, wie heißt das jetzt hier? Die ganzen Pfeile. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Möchtest du ein Steak mit Kartoffeln? Dann bist du lange satt. Ja. Okay, äh... Hup. Wo kommen die? Ich mache die. Du, du genieß mal die... die leckere Speise, die ich für dich gekocht habe. Okay, nächst du. Ich bin jetzt da gleich so stürmisch. Das Essen ist nur für uns. Musst du dir selber was suchen? Was ist das? Ein Rucksack. Ah, hau ab! Ich habe den zuerst gesehen! Okay. Hast du gelootet? Ja. Hat sich gelohnt? Äh, äh... Gar nicht. War da nur ein trübes Wasser drin? Vorsicht, links ist ein Krabbler. Ja, habe ich schon gesehen. So, wo müssen wir denn hin, Jasmin? Ja, immer hier. Ja, ja. Ich folge dir. 150 Meter wird immer weniger. Wieso sind deine Quests so dicht dran und meine ist jetzt hier 480 Meter entfernt? Es ist irgendwie unfair. Warum? Oh, ich habe sogar mehr Ausdauer. 134 statt 114. Ich habe 128. Waren wir hier überhaupt schon mal? Das ist der Händler. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich das wirklich ehrlich beantworten soll, weil ich dachte, du verarscht mich. Nein, nein. Jetzt müssen wir hier rüber. Ja. Ja, ja. Ja, hier kannst du nichts mitnehmen. Hier ist noch... Gar nichts? Ja, hier ist noch der Gebietsschutzblock vom Händler. Wann braucht er denn Steine? Das ist wie dieser komische Block, den ich hingestellt habe am Anfang. Wo du denn nichts mehr bauen konntest. Musst du eher Steine bauen? Ja. Ja. Was muss ich hier nochmal machen? Ach, die Vorräte müssen wir bringen. Vielleicht zum Rumkugeln. Ah, ein Jumper. Ich esse jetzt auch ein Steak. Mit Kartoffeln. Das ist doch kein Jumper. Der ist der klicke Sprung. Der arme Jugendliche. Der ist in seinen wildesten Jahren. Ich streff einfach nicht, ey. Ein Schlag, Alter, und du hast ihn in den Kopf abgehauen? Der war in seinen wildesten Jahren. Ja, der Schläger ist ja Stufe 4 und mit Rechtsklick ist der brutal. Aber ich kann den irgendwie nicht abschätzen. Kann ich auch Rechtsklick machen mit meiner Axt? Ja. Nö. Kann ich nämlich nicht. Klar, ich kann das doch auch. Mit der Steinax geht das nicht. Ach so, weil die ist ja zum Reparieren und Aufwerten. Vielleicht deswegen. So, weise mir den Weg. Muss ich denn jetzt hin? Oh, warte mal. Hier ist ein blaues Big Bang. Ja, das... Nee, da muss ich auch hin. Hier sind irgendwo Vorräte. Ja. Hey, da. Lass die da nicht durch. Ich bin hier am Looten. Oh, da kommt noch einer. Uh, das war gut. Brutal. Da, da, da. Angst ein bisschen. Hi, Schnee. Hier ist richtig guter Stuff drin. Bleib mal gleich liegen, Mäuschen. Jetzt müssen wir... Hier ist noch Sement. Ich nehme das mal mit, das Sement. Ich habe noch fünf Heidelbeeren oder Blaubeeren oder sowas. Müssen wir denn hin? Hier ist falsch. Aber es ist das Haus hier, ne? Ja, 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 die Kiste. Aber wahrscheinlich ist die oben. Guck mal, hier ist so ein Farbunterschied. Hat das was zu sagen? So in zwei Metern. Hä? Wo denn? Da. Da war Loot hinter. Da. Sie lässt die Kiste hier einfach unberührt. Welche denn? Die Autoteilekiste. Oha, der hat hier gerade was abgegeben. Hä, muss ich jetzt wieder nach unten? Ich raff das gerade so ein bisschen nicht mit dem... Was? Ja, wieder zu. Mit der Kiste jetzt hier gerade. Oder ist die draußen? Vielleicht ist die hier auch irgendwo versteckt. Dass wir hier irgendwo was kaputt machen müssen, weil die Kiste dahinter ist. Ich muss mal kurz gucken. Warst du oben schon? Ne. Weil hier ist noch einer im Schlafzimmer. So. Ja, aber die Kiste... Oder ist die Kiste oben? Jetzt konnte ich nicht mal in Ruhe gucken, was ich da gesammelt hab. Da muss ich doch nochmal rein. Bei ihm hat der mir doch unten angezeigt. Ich verstehe das nicht. Ich hab noch ein Buch für dich. Kannst du denn, wenn du hochkommst, einmal lernen? Ein Bauplan füllen? 3,5 Meter. Hä? 2 Meter. Dann musst du ja doch unten... Hä? Also der sagt zu dir, er zeigt dir nicht genau an, wo das ist, oder wie? Wenn ich jetzt hier stehe... Warte, 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 ich komm zu dir. Ne. Doch. Oder? Kuriertonister. Ja. Ist das das? Ja. Ja, ist es. Habt's gefunden. Was war das? Hier ist ein Kochtopf. Ah, wir brauchen noch welche für unsere Chemiestation. Ja, dann leern wir hier alles. Achso, warte, warte, warte. Buch für dich. Kannst du besser zuschlagen. Ja, ich muss hier erstmal alles einsammeln. Äh. Oh, wir haben irgendwelche Samen. Muss ich gleich mal gucken, welche. Möööö. Entschuldigung, Selix, ich wusste nicht, dass hier besetzt ist. Da ist gerade wer auf Toilette. Hallo? Sind sie fertig? Sie ist noch nicht fertig, sie muss noch kacken. Da war aber jemand ziemlich angepisst, dass ich da kurz reingeschneid bin, wa? Angepisst, aha. Angepisst? Muppiger Rucksack, Toilette. Alter, kannst du mal aufhören. Irgendwo mal, ich dachte, hier kommt ein Schwabbel. Hör auf, mich Schwabbel zu nennen. Leer. Leer. Naja, hier oben ist auch nix. Kaffeemaschine hat sie nicht durchsucht, da waren noch zwei Kaffee drin, in Mikrowelle war sie nicht dran. Hä? Wo denn? War doch da eben. In den oberen Schränken hat sie nicht geguckt. Oh, oh, oh. Ja, wollen wir das mal zurückbringen zu dem? Ja, wir müssen gleich mal aufteilen. Du musst mir immer sagen, was du alles hast. Ähm, ich bin fast voll. Ich bin fünf überladen. Ja, es geht nur darum, was du hast, dann gebe ich dir was und du gibst mir was, was ich denn noch habe. Ich? Ja. Wir teilen das auf. Achso, du bist noch im Haus? Ja, und du? Warte, ich komme wieder rein. Ich dachte, hier ist so sauber jetzt. Ähm. Einmal Essen nehme ich mir noch mit hier runter erst mal. So. Äh. Erst mal das Buch, das kannst du lernen. Dann ist das auch weg. Auf A war das, ne? Genau. Wo ist denn das Buch da? Ja, habe ich. So, das und das packe ich hier mal raus. Was kannst du noch? Federn? Ja, wenn du Federn hast, gib ja. So, was noch? Äh, hast du Holz? Das brauche ich für meine Axt zum Heile machen. Das ist nur 31. Achso, äh, hast du Stein? Brauche ich ebenfalls. Ähm. Meine Teile Axt. Willst du mein Holz nehmen? Ja, und was willst du denn nehmen? Ja, gehen wir weiter durch. Hast du Zement? Äh, Lehm. Oder Bruchsand? Nee, hab ich beides nicht. Hast du, ähm, Honig? Nein. Hast du Eisen? Nein. Hast du Knochen? Nein. Äh, hast du Pflastersteine? Nein. Hast du Lappen? Nein. Gammelfleisch? Ja, ein. So. Hab ich hingelegt? Achso! Ach, du bist auch... Komm, vergiss es, ey. So, hast du Schießpulver? Nein. Dietrich? Nein. Kleber? Nein. Trübes Wasser? Ja. Äh, Heidelbeeren? Nein. Nägel? Nein. Plastik? Ja, Plastikmüll. Also Kunststoff, ne? Ja. Benzin? Ähm, hast du Munition? Ja, meine Munition, die ich verdient hab, die 9mm. 9mm? 9mm? Ja. Und einmal die 7,62mm. Kannst du aufnehmen? Ähm, gefütterter Brustpanzer Stufe 2, der kann eigentlich weg, ne? Ähm, hast du eine Dose Erbsen? Hm. Hast du einen Verband? Nein. Äh, hast du Aloe Vera Creme? Nein. So, ich benutze die einfach mal. Papier? Nein. Äh, Schmerzmittel? Ich hab sowas nicht. Ich hab nur das, was ich eingesammelt hab. Ich nimm sowas nicht mit. Gut, dann sag mir mal, was du alles loswerden wollen würdest. Ja, was würdest du loswerden wollen? Kaffeebohnen. Äh, ja, warte, warte, warte. Äh, das kann weg. Ich brauch ja nur zwei weg. Kaffeebohnen und diese komischen Kürbissamen werden gut. Ja, gib ja. Beides? Ja. Dann bin ich wieder frei. Also, dann bringen wir ja dieses Ding da weg. Dann hab ich wieder einen frei. Und wenn ich dann nochmal was esse, sind die Eier ja auch weg. Achso, kann ich dir denn noch Glas geben? Dann bin ich nur noch einen überladen. Ja. Dann können wir das ja jetzt erstmal wegbringen. Ja. Und dann gehen wir zu deiner Quest. Ja, die ist am anderen Seeufer. Wo muss ich denn jetzt hin zum Händler? Ach, ich raff... Ich bin immer zu blöd hier. Ah, hier lang. Jetzt hab ich hier kein... Das geht auch. Stich, Stich. Richtig. Bist du da? So, so, so und so. Langer, nimm wir eigentlich auf. Ähm, 39. Oh. Morgen ist ja Blutmond, ne? Oh, wir sollten vielleicht mal anfangen, uns ein bisschen vorzubereiten. Hehehe, ich guck grad so auf die Zeit. Morgen ist ja Blutmond. Also, von der Folge her... Guck, dass wir jetzt Monitoren haben und Stress grad gemacht haben. Ja, wir haben ja nicht wirklich Munition. Wir haben ja mega wenig. Naja, besser als gar nix. Ja, das schon. Wie mach ich denn das jetzt? Zieh ich das jetzt rüber, oder? Isolutionsmod oder Bauplan Jagdmesser? Äh, ist der Bauplan, sieht das Buch aus, als wär's aufgeklappt? Das ist nur ein Messer. Nein. Das ist nur das Messer. Ja, oben links in der Ecke ist dann so ein weißes... Hm? Äh, bei dem Bild, wo das Messer ist, ist es links in dem Kasten... Achso, jajajaja. Ist das aufgeklappt, das Buch? Ja. Dann hast du schon gelesen, dann nimm das andere. Okay. Kälte-Widerstand, Hitze-Widerstand, Explosions-Widerstand. So, haben wir das jetzt abgegeben? Ja. So. Oh. Sorry, ich muss den nicht hauen. Hast du den Händler geschlagen? Traitor Joe? Die Seite gibt es Zombies, 490 Meter. Ja, ich nehm die erstmal an. Ja, das kann man ja irgendwann zwischendurch machen. Wir müssen ja jetzt nicht hier, äh, questen wie verrückt, ne? Ne, wir müssen jetzt... Machen jetzt noch deine. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause und machen uns bereit. Für morgen. Ja, wenn wir meine machen, kommen wir an zu Hause vorbei. Und dann würde ich einmal unsere Taschen leer machen. Und dann? Ich bin hier nur auf dem Berg. Auf dem Baum. Auf dem Baum. Ich bin auf dem Baum geklettert. Ich habe Angst hier, Jasmin. Und wo bist du jetzt genau? Da oben? Warum ist die Musik so komisch? Hier findet die mich nie. Find mich doch. So spielt man nicht, verstecken. Wenn ich wieder einen überladen, wieso bin ich? Ja, bestimmt Samen gekriegt. So, was ist denn jetzt hier? Ja, komm. Wir gehen nach Hause. Einmal unsere Sachen ausleeren. In der Dicke ist komisch gerade. Ich habe keine Musik. Ich hasse Musik. Musik ist das Letzte. Die motiviert und baut auf. Und wenn du betrunken bist, musst du da mitgrillen. Was bist du denn jetzt? Oh, Alter, er läuft auf. Wie im wahren Leben läuft er hier, ey. Wieso? Lauf ich im wahren Leben auch immer mit dem Messer umher und steche Bäume ab? Und Büsche? Du läufst voll zickzack. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hin musst, weil ich habe auch wieder ein gelbes Ausrufezeichen. Und nachher laufe ich zu meinem. Wer zickzack läuft, läuft nicht ganz gerade, ne? Hm. Müll! Ich bin drei überladen. Brauchst du Brechsand? Nein. Willst du deine Magenverstimmung voll ausleben? Hm? Wo müssen wir jetzt? Hm? Wo jetzt? Hier lang. Prinzipiell den Weg, den wir gekommen sind. Ja, du bist lustig. Komisch, aber meine Witze lass du nie. Ja, willst du nicht, äh, ähm, abbrechen jetzt? Ach so. Ja, 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 ja. So, das war eine weitere Folge des Seven Days to Die. Wir haben endlich mal so eine Lootkiste gefunden vom Flugzeug. Nice. Hat sich gelohnt. Und wir haben, äh, wieder eine Traitor Joes Quest erledigt. Das machen wir einmal leer. Ja, ich weiß nicht, wollen wir meine Quest machen oder wollen wir uns erst auf den Blutmond vorbereiten? Ja, ich würde sagen, Blutmond, wa? Ja, wir haben ja noch heute den ganzen Tag und morgen. Ja. Ja, wir, wir schauen mal, ne? Wir bringen das jetzt erstmal weg. Wir bringen das erstmal weg. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. War schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, bis dahin, mach's gut. Ciao. Ich hab kurzzeitig den Faden verloren. Ja, ich hab kurz 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 den Faden verloren. Untertitelung des ZDF, 2020